Wir werden heute alle Polizeiautos in GTA 5 klauen. Wir werden heute also extrem reich, Leute. Deswegen lasst dafür unbedingt einen dicken Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß. So, Freunde, wir sind direkt hier in GTA 5 angekommen. Und ihr könnt es schon sehen, ich befinde mich hier schon direkt in meinem Auto. Denn wir machen uns jetzt hier direkt auf den Weg zum allerersten Polizeirevier. Denn ich habe es ja schon erwähnt, wir werden heute einfach mal jedes Polizeiauto hier in GTA 5 klauen. Zumindest jedes Spezialpolizeiauto. Denn ich kann euch das mal ganz kurz hier auf der Karte zeigen. Wir haben hier nämlich insgesamt sechs verschiedene Polizeireviere in Los Santos. Und jedes einzelne hat quasi so ein Spezialauto. Das kann dann quasi ein Porsche sein. Das kann ein Ferrari sein, Leute. Das kann ein Lambo sein. Oder das kann auch einfach mal ein Bugatti sein, Leute. Also jedes Revier hat wirklich ein spezielles Auto. Und wir werden heute jedes davon klauen. Und ich habe mir jetzt hier direkt die allererste Polizeistation rausgesucht. Und zwar ist das die hier neben dem Würfelpark. Wir fahren erst mal ganz normal dran vorbei. Und gucken, ob da überhaupt jemand da ist. Okay, da ist gerade ein rotes Auto vom Abschlepphof gefahren. Das ist wahrscheinlich konfisziert worden. Das bedeutet, die müssen eigentlich aufhaben. Und ich sehe auch schon ein paar normale Autos dastehen. Okay, wir schleichen uns einfach mal an und beobachten das erst mal. Okay, da stehen auch schon die ersten Polizisten. Der eine trinkt da gerade seinen Kaffee. Der andere steht am Handy. Und ich glaube, da hinten könnte sogar direkt das Spezialauto sein, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Ich erkenne es nicht so ganz. Aber das könnte ein Lamborghini sein. Einfach ein Polizeilamborghini. Okay, dann machen wir mal folgendes, Leute. Wir parken einfach mal hier ganz normal auf dem Besucherparkplatz. Ich meine, hier darf man ja parken als normaler. Und jetzt, ähm, ähm, ja. Bitte fragt euch nicht, warum ich den Fahrradhelm aufhabe. Ich fand ihn cool. Wir müssen ja heute auch geschützt sein, Leute. Okay, ich glaube, von der Polizeikugel wird er uns auch nicht abhalten. Aber ich glaube... Okay, nein, hier können wir nicht lang. Das ist alles voll mit Cops. Ey, ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, um ehrlich zu sein. Das heißt, wir müssen erst mal wie ein Cop aussehen. Damit wir da überhaupt zum Parkplatz hinkommen. Sonst schicken die uns direkt runter. Und geben uns im schlimmsten Fall noch einen Platzverweis. Das heißt, wir schauen einmal hier rein. Okay, hier können wir ja an sich ganz normal reinlaufen. Leute, ich bin extremst aufgeregt. Ihr glaubt mir das gar nicht. So, okay. Der ist gerade beschäftigt mit der Buchhaltung. Ansonsten ist hier niemand. Okay, er ist, glaube ich, auch halb am Einschlafen, Leute. Deswegen, ich schleiche mich jetzt einfach mal hier rein, Leute. Ey, ich hoffe, das hat niemand gesehen. Weil wir müssen halt irgendwie, irgendwie eine Polizeikleidung finden. Weil so können wir halt nicht ein Auto klauen. Wir müssen das halt wirklich ganz gekonnt machen. Deswegen, ich gucke mal, ob wir hier vielleicht... Autoricized personal only. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass man hier auf jeden Fall nur als Personal hin darf. Vielleicht fehlt mir hier oben ja irgendwo Kleidung. Ne, warte mal. Rooface. Das ist das Dach, Leute. Hier steht ein riesengroßer Polizeihelikopter und da steht auch ein Cop, Leute. Ey, hier ist sonst niemand. Ey, wisst ihr was? Soll ich den einfach eins auf den Dötzaun, Leute, und seine Kleidung klauen? An sich merkt das ja niemand hier oben, oder? Ey, ich sag euch ehrlich, das ist eigentlich perfekt. Komm, Leute, wir schleichen uns mal ran. Komm, ganz langsam und ganz kurz im Prozess. Bam! Okay, ich glaube, den haben wir schlafen gelegt, Leute. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir uns ganz kurz um. Komm, her mit der Kleidung, Junge. Okay, Freunde, es hat funktioniert. Ich konnte seine Kleidung kopieren. Und jetzt sind wir einfach mal ein richtiger Cop. Fällt bestimmt gar nicht auf. Okay, ähm. Ja, wir sind nicht der schönste Cop, Leute, aber Hauptsache, wir sind ein Cop. Ich sag euch ehrlich. Und ich glaube, ich gucke mal ganz kurz. Jetzt sollten wir eigentlich auch da unten hinkommen. Ihr seht's nämlich. Und wartet mal, Leute. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach. Ja, Leute, das ist er. Das ist das Spezialpolizeiauto. Und zwar ist das ein Polizei-Lamborghini. Ich glaube, den werden wir jetzt einfach mal versuchen zu klauen. Das heißt, wir gehen eben wieder nach unten. Und dann tun wir einfach so, als hätten wir einen Einsatz. Wir müssen auf Streife fahren. Und dann beschwert sich bestimmt auch niemand, wenn wir uns da mal den Polizei-Lamborghini ausleihen. Das heißt, Leute, nichts wie ab zum Parkplatz. Ich will jetzt unbedingt... Oh mein Gott, Digga. Hier sind richtig viele Cops, Alter. Junge, der guckt mich auch ein bisschen böse an. Ja, trink mal deinen Kaffee weiter, Kollege. Ich bin nur ein Cop. Und ich mache meine Arbeit genau wie ihr. Lass es dir schmecken, Sir, ja? Und guck mir nicht alle so böse an. Ich höre auch schon Sirenen, Leute. Boah, guck mal, da ist Verfolgungsjagd. Die sind auch direkt mit Waffen draußen, Leute. Das ist perfekt. Das fällt bestimmt gar nicht auf jetzt. Ich muss da nämlich jetzt hinterher. Und deswegen leihe ich mir einmal ganz kurz hier den Lamborghini aus. Das ist ja bestimmt kein Problem. Einmal die Sirene anmachen. Und dann würde ich sagen, nichts hier hinterher. Ich schnapp den Verbrecher. Oh mein Gott, Leute. Es hat funktioniert. Wir haben keine Sterne bekommen. Und wir haben den Polizei-Lamborghini geklaut. Damit haben wir einfach das allererste Auto hier geklaut. Und wir haben noch insgesamt fünf Stück vor uns. Es wird also auf jeden Fall komplett verrückt, Leute. Und ich überlege gerade, wo parken wir die Autos am besten? Ich mache mal die Sirene aus. Ich glaube, wir parken die irgendwo. Ob man sie nicht so leicht finden kann. Vielleicht hier einfach in so ein Parkhaus, oder? Wenn wir hier ganz nach oben fahren. Da findet das doch eigentlich bestimmt keiner hier, oder? Ich meine, das Parkhaus ist komplett leer. Das heißt, wir parken einfach hier oben unser erstes geklautes Polizei-Special-Auto. Ey, das wird so, so nice. Vor allem, Leute. Diese Polizei-Autos lassen sich für so viel Geld verkaufen. Das glaubt ihr mir gar nicht. So, das heißt hier, wir parken einmal unser erstes Auto hier. Zack, ey. Guckt euch an, wie wunderschön das ist, Leute. Und das gehört jetzt auch einfach uns, Leute. Das ist so, so, so nice. Deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben dafür da. Ich würde jetzt aber sagen, Freunde, wir fahren direkt zum nächsten Polizeirevier. Und werden da auch direkt das nächste Auto klauen. Let's go. So, okay, Leute, ihr könnt es schon unten links auf der Minimap sehen. Da wird es angezeigt, das nächste Polizeirevier. Ey, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es kann halt sein, Leute, dass die mittlerweile schon eine Fahndung ausgeschrieben haben für den Lamborghini. Weil normalerweise müssten wir halt schon lange von dem Einsatz zurück sein. Ich hab's ja auch bei mir im Funk gehört, im Polizeifunk da im Auto, dass der Täter schon geschnappt wurde. Aber na gut, das Auto ist jetzt bei uns in der Parkgarage und bleibt da auf jeden Fall erstmal stehen. Deswegen, wir gucken erstmal hier. Okay, hier sind erstmal nur ein paar Gäste, die wahrscheinlich auf ihren Anwalt warten oder so. Aber ansonsten ist hier gerade auch nichts los. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir laufen direkt mal rüber. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo hier der Parkplatz ist, weil... Nee, hier steht gerade gar kein Auto. Bin ich richtig? Wartet mal. Äh, ja, Vespucci Police. Was müsste es eigentlich sein? Jo, hier sind auch ein paar Leute. Oh Mann, endlich, ein Polizist ist da. Oh Mann, wir haben so lange gewartet. Äh, ja, äh, genau, äh, jetzt bin ich da. Oh mein Gott, Leute, ich glaub, wir haben auf einen Polizisten gewartet. Und jetzt bin ich da. Ey, ich hab gar keine Zeit für die jetzt. Ähm, ich hatte einen Termin für heute. Ich muss eine Anzeige stellen. Mein, mein Hund wurde einfach entführt. Oh Mann, das ist echt ja schade. Mein, äh, herzliches, äh, ich mein natürlich mein Beileid. Ähm, aber leider hab ich grad keine Zeit, weil... Ich muss mich grad schon um einen anderen Klienten kümmern. Äh, äh, ich, ich, äh, ich schick euch den nächsten freien Kollegen dann einmal, ja? Oh mein Gott, das war ein bisschen knapp, Leute. Wir hätten gleich noch irgendeinen komischen Typ an der Backe gehabt. Aber, äh, wo ist denn jetzt hier die Garage? Ist die hier unten, oder was? Ich glaub, wir müssen hier runter, Leute. Äh, hier steht ein Auto, aber... Hier ist kein Spezialauto, Leute. Ey, sag nicht, dass diese Polizeistation kein Spezialauto hat. Das sind nur diese Standardfahrzeuge. Äh, da muss noch mehr sein. Warte mal, hier geht's noch nach unten, Leute. Okay, wir schleichen uns mal runter, ich hoffe, hier ist niemand. Ja, da stehen auch noch Autos, Leute. Die ist richtig riesig, die Polizeistation, okay. Wir könnten Glück haben, dass hier noch ein weiteres Spezialauto ist und tatsächlich... Okay, da ist aber auch ein Officer. Das ist nicht gut, Leute. Aber, das ist das nächste Auto, was ist das? Loy, das ist auch irgendein krasses Polizeiauto, das ist es, Leute. Äh, aber wir können nicht schon wieder einsteigen. Was machen wir jetzt? Äh, Moment mal, ich kenn dich doch. Hm, komm her, Kollege. Äh, wie, sie kennen mich? Äh, oh nein, Leute. Ja, ähm, ich kenn dich auch, wir haben uns gestern in der Mittagspause getroffen. Ich hab dir mein Sandwich gegeben. Erinnerst du dich? Ah, ja, stimmt, da war was. Ja, tatsächlich jemand ein Sandwich gegeben. Äh, ja, genau, äh, ich war das. Ich hab dir mein Sandwich gegeben. War lecker, oder? Nein, Mann, das war's absolut nicht. Du hättest mich auch für blöd, oder? Äh, Leute, äh, äh, ähm, äh, wie? Äh, was meinen sie? Ja, Mann, Kleiner, du bist vorläufig festgenommen. Ich weiß ganz genau, du hast das Auto geklaut. Äh, äh, wie? Warte mal, ey, ich hab kein Auto geklaut. Hier spricht Agent McWatson. Bitte komm, bitte komm. Flüchtiger gesichtet in der Polizeistation. Bitte kommen. Oh nein, Leute, er ruft Verstärkung. Ey, nein, das können wir nicht zulassen. Der Idiot, Mann, der verpetzt uns noch. Ey, nein, nein, komm schon, komm schon, Leute. Ey, ich kann das nicht zulassen. Wir müssen den aufhalten. Tut mir leid, Kollege, aber ich brauch das nächste Auto. Ah! Ah! Oh, er ist tot. Wir haben ihn, Leute. Er ist tot. Er ist tot, okay. Okay, nichts mehr hin da jetzt. Digga, oh mein Gott. Komm schon nichts, wir rein ins... Oh nein. Freunde, ihr könnt es sehen, wir haben fünf Sterne bekommen. Niemals einen Kopf abknallen. Ach, du heilige Leute. Das sollten wir schnell ändern. Schnell rein ins Auto. Was ist das überhaupt? Digga, Leute, das ist ein... Ford GT! Ah, ah! Äh, tut mir leid, Sir, aber das ist jetzt mein Ford GT. Sirene an! Ich bin nur ein Kopf, der ein Auto geklaut hat. Oh mein Gott, Leute. Wir haben ein Polizeiford GT. Ihr habt gar keine Ahnung, wie teuer das Auto ist. Oder, ey, ihr seht schon. Ey, wir hätten nicht schießen dürfen. Das eskaliert ja komplett. Oh mein Gott, Leute. Das kann nicht sein. Wir haben das nächste Auto. Einfach ein Ford GT. Aber die Polizei ist hinter uns her. Okay, wir müssen die Cops jetzt irgendwie abhängen. Wie machen wir das am besten? Wartet, ich hab ne perfekte Idee, wie man Cops in GTA 5 abhängen kann, Leute. Gleich ein kleiner Trick für euch hier am Rande. Und zwar braucht ihr dafür erstes ein schnelles Auto. Das haben wir auf jeden Fall. So, dann müsst ihr auf die Autobahn. Und dann, Leute, passt auf. Einfach den Sneaky Hasen machen. Und zwar hier in die Kanalisation reinfahren. Ich sag euch ehrlich, hier fährt die Polizei so gut wie nie rein. Also, ich sag euch ehrlich, hier müssten wir eigentlich safe sein mit dem nächsten Auto. Ihr seht's hier. Einfach rein in die Kanalisation. Und dann sollten wir eigentlich locker entkommen. Also, ihr seht's hier unten auf der Karte. Die Polizei kommt gefühlt gar nicht mehr hinterher. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Sterne weg sind. Und dann können wir mit dem Auto auch direkt in die Garage fahren. Und es neben unserem Lamborghini parken, Leute. Let's go. So, okay, Leute. Wir haben die Cops abgehangen. Wir sind jetzt wieder hier bei der Garage angekommen. Und, Digger, bitte gönnt euch jetzt nochmal ganz kurz dieses Auto. Es sieht einfach wirklich nur wunderschön aus. Das Auto mit der Polizeiausstattung kostet auch locker zwischen 4 und 5 Millionen. Also, wirklich geisteskrank. Und ihr müsst überlegen, wir haben immer noch 4 Autos vor uns, die wir klauen werden. Also, ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ich meine, das ist gerade mal der Anfang. Und wir haben noch viel krassere Autos. Deswegen würde ich sagen, hier, wir parken direkt einmal hier den Ford GT neben unserem Lamborghini Aventador. Und dann haben wir eigentlich schon eine richtig nice Kombi hier, würde ich sagen. Also, ihr seht's, wir haben da unseren Ford GT, hier unseren Lambo. Jetzt können wir uns eigentlich direkt auf den Weg zum nächsten Polizeirevier machen. Aber ich glaube, davor müssen wir uns erst mal wieder ganz kurz umziehen gehen. Weil ich meine, Leute, mit der Kleidung werden wir ja mittlerweile gefahndet, weil wir einfach schon zwei Autos geklaut haben. Das heißt, ich würde sagen, wir ziehen uns einmal ganz kurz wieder um. So, Leute, das ist wieder meine wunderschöne Kleidung mit dem Fahrradhelm. Und ich würde sagen, wir schnappen uns direkt mal ein Verkehrsmittel. Runter da, Kollege, das ist jetzt meine. Boom. Okay, Leute, wir haben schon mal ein Motorrad. Sehr gut. Ich meine, Helm haben wir ja schon auf. Das heißt, wir können ja eigentlich direkt zum nächsten Revier fahren. Und das müsste, soweit ich weiß, eigentlich eher im Norden sein. Und zwar seht ihr es hier schon rechts auf der Karte. Da wird es nämlich direkt angezeigt. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was da jetzt für ein Auto stehen wird. Okay, da ist die nächste Polizeistation. Und das sind normale Undercover-Cop-Autos. Und warte mal, was ist das denn für ein Auto? Nein. Leute, was bin ich sehend? Seht ihr das auch? Das ist nicht wirklich ein Königseck, oder? Das ist einfach ein Königseck-Polizeiauto, Leute. Holy moly, was? Okay, das ist zu krass. Aber da ist auch ein Officer direkt wieder. Der ist, glaube ich, gerade am Telefonieren. Ey, nein, wie machen wir das jetzt, Leute? Kacke. Ah, wartet mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Können wir nicht da hoch irgendwie? Wartet mal, das ist doch eine Leiter, Leute. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir an das Auto rankommen. Wir müssen halt den Polizisten da jetzt irgendwie ausschalten, ne? Ehe wir das Auto klauen können. Und wir können ihn nicht einfach K.O. schlagen hier. Weil er steht da halt wirklich mitten an der Straße. Das wird halt wirklich jeder mitbekommen, wenn wir ihn einfach abknallen. Deswegen machen wir das anders. Und zwar, wir klettern jetzt hier einfach mal auf das Haus drauf. Zack, zack, zack. Und zwar, schaut mal. Wir haben hier perfekte Pussy zum Polizisten da unten. Das heißt, das ist der perfekte Zeitpunkt, um hier einfach mal die Sniper rauszuholen. Und dann spektaten wir das Ganze mal hier. Also, ihr seht, da unten ist der Officer. Ich weiß nicht, mit wem er da am Telefonieren ist. Wahrscheinlich durch das Walkie Talkie. Und ihn knallen wir ab. Ist sonst noch irgendjemand da, der uns gefährlich werden könnte? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, halt maximal im Revier sind noch ein paar Leute. Aber ihr, die draußen sind, haben wir schon lange den Königseck unten geklaut. Deswegen, ich würde sagen, Leute, wir warten gar nicht lange, sondern wir machen hier einen kurzen Prozess. Herr Officer, es tut mir leid. Aber wir drücken ab. Bumm! Wir haben ihn. Oh, jetzt nichts. Wir haben nach unten. Komm schon, komm schon, komm schon. Runter, 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 runter. Alle rennen weg. Wir haben drei Sterne direkt. Oh, drei Sterne. Komm schon, runter. Aua! Oh mein Gott, das hat weh getan. Okay, wartet, Leute. Komm, wir werfen ein bisschen C4 hier hin. Bumm! Und auf die Seite auch. Das heißt, die Cops kommen, wir das einfach in die Luft jagen können. Okay, komm schon, komm schon. Rein ins Auto. Rein, rein, rein. Wir haben ihn. Das ist der Königseck, Leute. Oh mein Gott, wir haben den Königseck. Oh, die Cops, komm. Wartet. Ja, kommt doch, kommt doch, kommt doch. Bumm! Warte, jetzt nichts wie raus hier. Wir haben das nächste Polizeiauto. Und es ist geisteskrank schnell. Oh mein Gott! Wow! 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 Oh mein Gott! Holy Crap! Was war das denn? Ey, Leute, das war ein Mega-Chump. Ich glaube, wir sind so gut wie entkommen. Die Polizisten sind halt gar nicht hinterhergekommen. Wir sind über drei Häuser oder so drüber gechumpt. Warte, mach mal die Sirene aus. Die ist ein bisschen laut. Ey, was war das denn gerade? Oh nee, warte mal. Das war ja richtig knapp. Wir haben die Cops abgehangen. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, Mission erfolgreich abgeschlossen. Okay, Ladies and Gentlemen, wir sind da. Da ist die Parkgarage. Ich würde sagen, wir fahren einmal direkt rein hier und stellen das Auto neben die anderen beiden. Ich bin so extremst gehypt, Leute. Digga, wir werden so reich nach diesem Video, ne? Das ist wirklich unglaublich. Ihr könnt ja auch immer am Ende des Videos reinschreiben, Leute, was euer persönliches Lieblingspolizeiauto ist. Ich meine, bisher haben wir ja hier den Lamborghini, dann den Ford GT und jetzt hier noch den Königseck. Ich bin extremst gespannt, welches Auto wir als nächstes klauen werden, ne? Weil, Leute, ne? Wir geben natürlich nicht auf. Wir wollen natürlich hier alle Autos klauen. Deswegen würde ich sagen, ich besorge mir ganz kurz ein Auto. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir bei der nächsten Polizeistation angekommen sind. Let's go! So, okay. Ladies and Gentlemen, wir sind... Oh! Bam! Ähm, ähm, beim nächsten Polizeirevier angekommen und... Oh, oh nein. Digga, die stehen direkt beim Parkplatz, Digga. Und da oben sind auch noch welche. Und da vorne auch, Digga. Was ist denn hier los, Junge? Schmeißt du eine LAN-Party oder was? Okay, Leute. Das wird ein bisschen schwer, das Auto jetzt zu klauen. Vor allem, was stehen da für Autos? Lass mich mal ganz kurz abchecken. Das sind nur so Gummi... Ah, nee, warte mal, was ist das denn? LOL! Ist das richtig? Guckt mal da, Leute. Genau, wo die stehen. Das ist einfach ein Mercedes-AMG GT-R Black Edition Polizei Edition. Das Auto ist geisteskrank. Wir müssen das haben, eh. Aber wir kommen da nicht so einfach ran, weil die Polizisten stehen direkt davor. Nein! Ey, ich hab mich so gefreut. Ey, ich geb nicht auf, Leute. Wir klauen diesen AMG. Wir klauen den irgendwie. So, Leute. Da bin ich wieder. Ja, ich hab die Cops abgehangen und ich habe mir, wie soll ich sagen, ein kleines Spielzeug besorgt. Sagen wir mal so. Weil ich meine, wenn das Auto so gut bewacht ist und wir da nicht einfach hinlaufen können, weil wir sonst abgeknallt werden, dann müssen wir das Auto halt anders klauen. Und zwar mit diesem kleinen Haken hier, Leute. Denn damit fliegen wir einfach direkt über das Auto und dann werden wir das unten anketten und einfach mitnehmen. Und was wird die Polizei machen? Dieser Helikopter hier ist gepanzert. Da kommt nichts durch. Hier, was wollt ihr machen? Hä? Ja. Juckt euch gar nicht, dass hier ein Helikopter ist, ne? Nö. Ich mach nur ein bisschen Mittagspause hier, ne? Ja. Gar kein Stress, Jungs. Sagt auf Wiedersehen zu eurem AMG. Der ist jetzt meine. Ha! Ich hab ihn, Leute. Ihr kommt ein bisschen zu spät, Jungs. Das Auto ist schon weg. Ha! 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 Oh nein. Wir dürfen nicht irgendwo gegencrashen und das Auto fallen lassen. Das wäre nicht so gut. Oh mein Gott. Flieg hoch. Höre. Flieg hoch. Flieg hoch. Flieg hoch. Das ist extrem schwer, das Auto. Digga. Aber ihr seht's. Freunde. Wir haben das nächste Polizeiauto geklaut. So. Ihr seht's, Leute. Kops haben wir abgehangen, natürlich. So. Und jetzt müssen wir das Teilchen nur langsam und sicher absetzen, ne? Ohne, dass es dabei auf den Kopf landet. Komm schon. Komm schon. Bitte nicht so wackeln. Lauf zu wackeln. Lieg runter. Bam. Ha! Wir haben's, Leute. Sehr gut. Likopter landen wir hier einfach fast. Den haben wir, by the way, auf entspannt nebenbei mitgeklaut. Der gehört jetzt hiermit zur Sammlung. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier einmal ganz kurz den AMG und steigen mal ganz kurz ein. Ich muss den wenigstens mal ganz kurz gefahren haben, Leute. Digga. Das Auto ist ja mal so geil, Leute. Hier auch mit der Sirene. Und guck mal. Er hat so eine Power. Wenn ich Gas gebe, der zieht richtig nach oben. Schaut mal, wie er nach hinten zieht, Digga. Hier ist so viel Power unter der Haube hier. Boah! Oh mein Gott. Der zieht richtig nach vorne, Digga. Und es gehört jetzt einfach mir. Das heißt, wir können das Auto hier auch einmal direkt neben den anderen parken. So, komm. Stell dich einmal hier neben den Königseck. Zack, zack, zack. Und dann würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, haben wir das vierte Polizeiauto geklaut von insgesamt sechs Stück. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier direkt auf den Weg zum nächsten Auto. Let's go! So, Leute. Ich habe mich gut drauf vorbereitet, um das nächste Auto zu klauen. Ihr seht, wir sind nämlich jetzt einfach mal so ein Bauarbeiter mit einem Abschlepper. Weil, äh, ich habe den Auftrag bekommen, heute hier das ein oder andere Auto abzuschleppen. Und es wäre ja echt schade, wenn ich dabei aus Versehen ein Polizeiauto abschleppe. Und ihr könnt es nämlich auch schon unten links auf der Karte sehen. Da ist nämlich direkt hier das nächste Polizeirevier. Und ich bin extremst aufgeregt, weil ich weiß nicht, welches Auto da auf uns warten wird. Wir werden es aber gleich rausfinden. Deswegen würde ich sagen, wir parken hier jetzt erst mal das Auto. Zack, zack, zack. Ich bin nur hier der Abschleppdienst. Ja, Auto parken wir mal. So, ihr seht es auch schon. Ich habe auch hier ordnungsgemäß eine Weste an, Leute. Ich bin nämlich ein ganz normaler Bauarbeiter. Und ich... Nein. Niemals, Leute. Seht ihr das? Nein. Das ist der... Der Polizei Bugatti. Das Auto ist das krasseste Auto, was ich jemals gesehen habe, Leute. Guckt euch diese Schönheit an. Der Bugatti Veyron, Leute, in der Polizeie-Edition. Das Auto ist so wunderschön. Das Auto wird sowas von geklaut. Aber das wäre zu einfach. Es muss einen Haken geben, Leute. Hier ist... Ja, da ist eine Kamera. Und die zeigt halt einfach mal direkt auf das Auto. Ey, das ist nicht so gut. Wir können das nicht einfach abschleppen. Die Kamera nimmt uns halt auf, Leute. Und wir haben keine Maske. Wir sind jetzt schon hierher gelaufen. Die Kamera hat uns schon gefilmt. Das war es also schon mal. Wir müssen einen anderen Weg finden, um das Auto zu klauen. Okay. Lasst uns mal ganz kurz hier reinschauen. Wir geben nicht auf, Leute. Hier warten wir mal ein paar Leute, ja. Aber sonst ist hier gerade kein anderer Officer. Okay. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ich sage euch ehrlich, Leute. Ich mache da ganz kurz einen Prozess. Und zwar, passt mal auf. Verstecken wir uns ganz kurz hier, wenn keiner guckt. Und dann nehmen wir uns hier einfach den Elektroschocker, Leute. Und geben der Kamera einen Stromschlag. Bam! Okay, warte mal. Leute, so wie es sich anhört, hat es funktioniert. Ich glaube, die Kamera hat einen Schock bekommen. Die müsste, glaube ich, deaktiviert sein. Okay, Leute. Ich glaube, jetzt sollten wir eigentlich gut to go sein. Wir steigen ein in unseren Pickup-Truck. Und jetzt werden wir einfach den Polizei Bugatti klauen. Ich bin extremst aufgeregt. Das merkt doch bestimmt hier keiner. La la la. So, einmal das Ding nach unten fahren. Bam, 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 zack. Jetzt einmal ganz langsam nach hinten. Komm schon. Und zack. Jetzt nach oben. Und ich glaube, jetzt haben wir es, Leute. Wir haben es. Wir haben es. Was ist das für ein Alarm? Fünf Sterne. Oh mein Gott. Ich hätte es wissen müssen. Das ist ein Bugatti, Leute. Der ist sicher bewacht. Digga, nein. Fünf Sterne. Oh nein. Und wir haben nur einen langsamen Abschlepper. Äh, ich habe doch gar nichts gemacht, Leute. Ich, ähm, ich bin nur dabei, das teuerste Polizeiauto aller Zeiten zu klauen. Oh mein Gott. Rüber mit dir, Junge. Ah! Junge, lass dein Polizeiauto in Ruhe. Ah! Nein, es ist ab. Junge, das wird die krasseste Verfolgungsjagd, die ihr jemals auf YouTube gesehen habt, Leute. Oh mein Gott. Rüber mit euch. Wir haben einen verkackten Polizeibugatti hinten dran. Digga, wartet mal. Bin ich dumm? Ist doch ganz einfach, Leute. Wartet mal. Wir fahren einfach mit dem Bugatti weg. Ich bin ja richtig dumm, Leute. Jetzt ist sowieso zu spät. Deswegen einmal rüber mit euch. Boom. Junge, das Teil ist ja mal so schnell. Holy shit, Leute. Wie schnell ist der Bugatti? Das ist geisteskrank. Wir haben das krasseste Polizeiauto aller Zeiten geklaut. Oh mein Gott. So, einmal nach oben mit dir, mein Süßer. Okay. Ihr seht mittlerweile, da sind ein paar mehr Autos da. Egal. Jucken uns nicht, Leute. Sondern wir parken hier auf entspannt unser nächstes Polizeiauto. Digga, wie krank sieht das aus? Wir haben so viele Autos hier, Leute. Das ist ja nicht mehr normal. Holy moly. Schon fünf Polizeiautos haben wir hier geklaut, Leute. Es sieht surreal aus. So, aber ich würde sagen, Leute, wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem letzten Polizeiauto. Auch das werden wir natürlich klauen. Ich würde sagen, wir sehen uns direkt wieder, wenn wir angekommen sind. So, okay, Leute. Ihr seht, ich habe mich hier das nächste Verkehrsmittel besorgt. Oh mein Gott, das ist viel zu schnell. Ihr seht, wir machen jetzt hier ein bisschen Motorrad-Action. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in das letzte Polizeirevier so leicht reinkommen. Ich zeige euch das nämlich mal direkt. Das ist nämlich direkt um die Ecke hier da vorne. So, und zwar ist das nämlich meistens abgesperrt. Ihr seht es ja unten rechts auf der Karte. Da ist es. Und ja, er ist zum Zeug, Junge. Er ist alles abgesperrt, Mann. Ja, und ihr seht, das sind auch Cops, die darauf aufpassen. Aber, Ladies and Gentlemen, ich habe mir ja nicht ohne Grund hier ein Motorrad besorgt. Weil ich habe gedacht, wir probieren mal was aus. So, und zwar bin ich jetzt hier irgendwo am Arsch der Welt. Aber wir machen folgendes. Und zwar fahren wir jetzt hier einfach den Berg hoch, Leute. Machen ein bisschen Nitro und... Das sieht doch ganz viel versprechend aus. Ja, komm schon, komm schon. In die Richtung. Oh mein Gott, Leute, da unten ist es. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Wir schaffen es. Wir schaffen es. Bruder, was haben wir gemacht? Wir sind drin. Ja, mit einem Motorrad. Und da steht direkt das nächste Spezialauto. Das ist doch ein Klacks gewesen, Leute. Was haben wir denn da? Ein Porsche Turbo S ist es, glaube ich, ne? Ich steige da jetzt mal ganz entspannt ein. Mach sogar die Sirene an, weil wir haben jetzt einen Einsatz, Leute. So, Ladies and Gentlemen, da sind wir. Cops haben wir abgehangen. Wir sind hier in der Garage mit unserem Porsche Turbo S. Wirklich ein wunderschönes Auto. So, und ihr müsst euch jetzt bitte nochmal diesen Anblick hier geben. Digga, alle sechs Polizeiautos haben wir hier geklaut. Ich glaube, wir haben hier die krasseste Polizeiautosammlung jemals. Das heißt, wer jetzt nicht unbedingt einen Daumen nach oben da lässt, weiß ich auch nicht mehr. Vergesst nicht zu abonnieren. Hier kommen tägliche Videos. Und ansonsten, bevor ihr geht, Leute, checkt auch noch unbedingt eins dieser beiden Videos hier ab. Die sind doch beide sehr, sehr, sehr nice. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen in einer neuen Folge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.